Jo, was geht ab meine Lieben? Manni am Start hier, ein neues Video. Wir tauchen hier auf bei Power of Book. Machen hier mal ein paar Bikes. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Power of Freispiele, die wollen wir natürlich haben. Wir kaufen auf zwei Mücken. Rein da. Wir tauchen auf Oh, direkt mit 407? Was ist hier mit dem Ton los, Mann? Ach, komm. Das ist natürlich Knaller. Ja, jetzt schon unser Bayern wieder raus. Vielen Dank. Ich muss jetzt gleich noch mal neu starten, weil der Ton hier abgefault ist. Keine Ahnung. Aber wir gucken mal. Komm, Jürgen. Ach, schade, Mann. Ich habe das lange nicht gespielt. Deswegen habe ich schon gedacht, wie war das hier nochmal? Aber wir gehen hier. Komm, Jürgen. Das kommt. Aah. Komm, tauch auf, Mann. Ach, komm. Was ein Schmutz. Ja, gut, die Runde war jetzt noch nicht, dass die Elbe vorm Eieralber biegt. Ehrlich zu sagen, können wir ja froh sein, dass direkt am Anfang schon die 400 Mücken da gegeben hat. Als Startbild, aber da hätte uns ja schon wieder von vorne herein klar sein müssen, dass hier nichts auftaucht. Mehr oder weniger. Na ja, 606 Piraten. So, ich mach mal kurz einen Neustart, damit wir, äh, Dingens, damit wir, äh, Ton haben. Ja, ist ja nervig, ey. So, jetzt haben wir hier auch ein paar vergammelte Töne. So, und rein da. Also, nicht nur. Komm! Jetzt! Schade! Hmmmm... Komm jetzt! Oh, ein 4er! Ganz verschmutzte Tiere. Schade, leider letztes Spiel. Na gut, nicht die Welt. Haben jetzt sogar noch Kreide gemacht am Ende. Schade, schade, schade. Und rein, der Alten geht weiter. Am ersten Pauk da schon mit den 400 paar Gezwiebelte. War ja schon nicht schlecht. Ich glaube jetzt kommt hier eine Verlängerungsrutsche. Die hat sich gewaschen. Warum auch immer. Ich schmeiß mal eine verfaulte Zigarette in den Schnabel. Ich habe da einmal Ewigkeiten hergespielt. Da kann man gerade erst raus. Da habe ich hier bestialische Läufe gehabt mit Verlängerungen ohne Ende und sowas. Komm jetzt. Und jetzt. Ja, das war eine Drücke. Das war ekelhaft. Da brauchen wir aber jetzt mal langsam. Brauchen wir jetzt mal hier auf jeden Fall mal einen Wind. Ja, für die Leute, die das hier vielleicht nicht verstehen, mal kurz zur Erklärung. Ihr seht ja, oben bei Power of Book sind ja so drei rote Punkte. Das ist so wie Book of Rough Fixed hier. Und wenn ein rotes Buch da in der Mitte kommt, also ein von den drei Dingens, dann ist das wie Wild. Weil man bleibt, kommt das immer wieder fürs Symbol. So wie jetzt zum Beispiel vielleicht. Ja, wie gesagt, nur mal zur Erklärung. Der kann ja aufstufen hier zu den nächsten Symbolen und so was. Ja, also Pyramide zum Pharaon, zum Typen und dies und das. Aber dafür brauchen wir halt hier Bücher. So wie jetzt. Komm, Mann. Okay. So, ihr seht das ja. Kriegst fünf Spiele dann dazu. Plus du hast die Aufstufung hier. Und jetzt mal eine rote Bücher hier oder Verlängerung nochmal. Okay, ein Dreier. Hm. Schade, wir kriegen die roten Bücher leider nicht rein, als wir hier Wilds haben. Ja, wieder Schaden. Ist halt ein schwieriges Spiel, aber ihr wisst ja, wie das auch ist mit Book of Rough Fixed. Wenn der am Rad dreht, dann gibt es hier kein Halten mehr. Deswegen bleiben wir auch drin hier. Oh, Vierer-Typen wieder. Oh, einer mehr hinten. Mehr auf den Tausender gewesen. Aber ja, gut. 200 haben wir schon mal per se. Und jetzt hoffen wir natürlich, ein paar schnelle Verlängerungen. Und vor allen Dingen, wir brauchen die roten Bücher auf Alze 2, 3 und 4. Komm, 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 komm. Naja, egal. Aufstockung ist da. Vor allen Dingen haben wir noch 10 Spiele über jetzt. Ja, vielleicht kriegen wir die Verlängerung nochmal rein für den Typen. Das wäre nicht schlecht. Komm, jetzt direkt. Oh, komm doch. チreise? Das wäre nicht schlecht. Empfelt Knausender-Typen ist für ein Chip. Und da ist die Park See Gold. Ja, interesante. Wir brauchen auch einen Platz. Ich gehe auch mit unseren Bildern. Das wäre ähnlich. Als er Träue ist irgendwie Production. inclineder-Type-Kar Past. Wir brauchen eine interpreta. Das ist eigentlich doch schnell. onepannt. why Users leadership ist eine Versteuniği und Liebe bei mir verdadern, Ja, ganz lächer, trucs nur ihr ほuche ich mit ihm. Er Park mit dem Didn und Pre jumping đi. G accelerator durch deinem Schein. Noch geierter hier rum. Letzte Chance, wir kommen noch zum Sauschlumpfen, fünf Spiele, ja gut, hoffen wir mal. Komm, 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 komm. Nein, Mann. Komm, letzte Hoffnung. Mann, schade. Schwieriges Spiel, sehr, 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 sehr schwieriges Spiel. Aber einen gönnen wir uns noch. Einkauf genehmigen wir uns noch. Ja, Leute, und für alle, die wissen wollen, wo ich hier online am Rumpfeffern bin, checkt mal unten in den Kommentaren ab. Erster Kommentar, seht da einen blauen Link, der führt zu meiner WhatsApp-Gruppe. Könnt ihr gerne reinkommen. Dann kriegt ihr jeden Tag alle Infos, wo ich hier am Rumpfeitschen bin. Oder halt, ihr könnt mich da auch privat anschreiben. Kann ich euch direkt die Infos durchgeben. ja, Mann, und so weiter und so fort. Weil ihr könnt auch, seht ihr ja, Freispiele kaufen, über einen Euro spielen und so weiter und so fort. Und nochmal, das rote Buch, verdammt. Die roten Bücher, die sind sowas von schwer hier. Die roten Bücher, die sind sowas von schwer. Ai, 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 ai. Ganz schwieriger Hase hier. Bis jetzt haben wir nur ein paar auf dem Schädel bekommen, also eine machen wir noch, aber dann ist es auch gut, ey. Schade, echt. Wie gesagt, die roten Bücher kommen einfach zu selten. Jetzt brauchen wir aber echt mal ein paar Verlängerungen hier, sonst wird das gar nichts. Vor allen Dingen, die sind ja auch wichtig, damit wir dann hier Symbol nach Symbol kommen. Deswegen wäre das mal gar nicht so schlecht, wenn da jetzt mal was kommt, ey. Ja, so, aber wenigstens das, wenn schon kein rotes kommt. Ja, so, aber... Okay, okay, okay. Komm, 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 komm. Wir haben jetzt noch eine Verlängerung, damit wir hier eigentlich sauber kommen. Okay, aber jetzt haben wir wenigstens schon mal eine brennende Lunte da stehen. Komm, nein. Noch ein rotes Buch mit einer Verlängerung. Puh, dann könnte er hier knallen. Da musste sie sich jetzt mal beeilen. Puh, schwer, schwer, schwer. Ganz, ganz schwer. Ja, Leute, ihr wisst ja selber, wie das ist. Mit Book of Refix, das ist, das kann hier schießen vom Allergemeinsten. Aber ist halt sehr, sehr schwer, Mann. Das ist sehr, sehr schwer. Aber wir werden jetzt noch den Allerletzten machen. Oh, jetzt haben wir sogar 15 Spiele. Oh, 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 oh. Wir gehen direkt mit so einem Symbol rein. Ja. Komm, direkt, das wäre der Brüller. Komm. Nein, Mann. Komm, bring fix eine Suppenhühle jetzt. Yes, komm. Aber egal, eine fixe Suppe haben wir schon mal. Wenn ich jetzt noch eine geben würde, dann könnte das hier zwiebeln. Komm, das mal rein, Mann. Ich weiß nicht warum irgendwie 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 das jetzt kommt jetzt ein vierer hier, kein Plan warum. Oh, 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 oh. Schade, Manni! Yes! Oh Mann, ey, komm, ey, wir haben zwei brennende Lunden, Leute. Wir haben noch sieben Spiele, ey. Jetzt ist eine Hoffnung da. Oh, ey, das tut weh, ey. Komm, 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 komm. Oh, wenn von Anfang jetzt ein Kopf kommen würde, ne, du wüsstest direkt so, oh, du hast drei, oh, wie ist das? Komm, ey. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Oh, ey, Leute, kurzen Stopp. Keine Ahnung, weiter geht's. Okay, wenigstens mal das. Komm, eine Verlängerung. Komm, nein! Mann, ey, gibt doch wenigstens vier. Boah, wenn von vorne einer kommt, da krieg ich einen Anfall. Ja, okay, komm. Wenigstens noch drei mal drei ist nicht die Welt, dies, das, jenes. Weil jetzt hätten wir echt mal ne richtig Knaller-Chance gehabt. Schade, 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 ey. Ah, was ne Chance, Leute. Aber ja, gut. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Haut rein, Mann. Wir schauen uns, was wir, wenn wir es so nah dran arbeiten. Und jetzt sehen, wir schauen uns jetzt. Oder schauen wir schauen. Wir schauen uns. Vielen Dank.